Oh! Was ist das denn? Stargate Kennen wir das nicht schon? Oh! Hi! Leidergottes! Müssen wir das immer wieder reintun Ja, weil wir geiles Okay, und das Stargate ist offen? Ich weiß nicht Ich suche ne Waffe Warum geht denn die Tür hier nicht auf? Bist du wieder lockt da? Er hat hier nen Lockdown gemacht Ein lockerer Down Yumi, kannst du bitte aufmachen? Ja Sie macht das absichtlich, auch wenn sie kein Schwester ist Dann mach ich auf Ich bin hier mit Chris allein, nachher kann ich ihn noch töten Das Stargate ist auf Das heißt nicht, dass die Tür auffällt Rayup, mach auf Warum? Ich bin doch auch hier! Wieso ich wieder hoch geht oder das? Dass Yumi wieder zuwacht Nein! Nein! Oh mein Gott, kann irgendwer vielleicht Nein, den Lift aufmachen Ich werde gleich zerspächt, Leute Okay, Yumi ist traitor und wirklich sterben sollen Die ist offen Von unserer Seite Ich bin nicht traitor! Könnt ihr irgendwie auch den Lift raufholen? Den Lift auch raufholen Achso, das also Die Türen gehen immer noch nicht auf Das macht man doch mit E oder? Ich stehe unter dem Lift Ach doch, geht doch Den Lift raufholen Wo bist du denn? In welchem Lift? Es gibt nur einen Achso, wo ist der? Nee, es gibt zwei Aber nur einer geht Nee, beide gehen Nee, der fährt, der geht nicht Oh, war der geil Ich bin Nummer 28 Könnte Könnt ihr bitte beenden? Du bist 28 Warum weiß ich damals nicht? Ich dachte, du wärst younger als ich Könnte irgendwer bei 28 mal den Lift raufholen? Könnten wir rein theoretisch haben Haben wir Bock dazu? Ja Nee, bei 28 Okay, dann kann ich bei 28 als ich campen Ich hab gesagt, raufholen, du Opfer Ja, ich war ja jetzt rauf Du schaust so beschissen aus mit Traitor Ich komme die Ehrlichkeit mit Ja, du mit dein Lichtschwert, Opfer Wer hat hier bitte Lichtschwert? Du! Äh! Ja, alles klar, Jumi ist Traitor Ja, das sieht man eben durch Jumi, hi Jumi ist Traitor Ich hab noch keine Beweise, deswegen war das nicht Jumi ist Traitor Er hat das... Er hat das scheiß Lichtschwert gehabt Okay, dann gehen wir jetzt beide hoch Ich geh nicht vor Okay Ja, das hab ich gesagt, später Alter Alter Wicks Kopf Du bist schon sehr verwundet, Chris Wenn du mir jetzt nicht mit der Traitor-Waffe kommst, dann hab ich dich What? Der Lüfte stecken mit ihm, what? Warum auch? Du weißt, dass ich den Bug kenne, oder? Wenn einer einsteckt, die Tür noch nicht ganz zu ist Wenn er das mal mit ihm schon draufklickt, dass man ihn runter holt Runter? Dann... Wackt er sich in der Mitte fest Na cool, was machen wir denn jetzt? Also ich hab noch 3 Minuten Zeit Ich geh mit chillen Wichtig! Also ich hab Zeit Worüber wollen wir reden? Über Gott und die Welt Nicht immer nix da gehen, mal gucken was er an Ich hab... ich kann mir jetzt nicht mit mir Thomas oder sonst was leistet Doch, eigentlich schon Du müsstest nur in die Richtung schicken Nee, ich kann ihn mir nicht leisten, weil ich mir schon andere Sachen geleistet hab Tja, das ist natürlich leicht blöd, ne? Scheiße! Fickskopf! Hab mich selbst getötet Was? Ich hab auch noch Schaden bekommen Dabei hab ich das über dir hingeschossen Ich bin auch über dir Was? Ich dachte mir, du wärst unten Nein Nö, er ist drauf gehandelt Ich rede nie das, was ich wirklich mache Chris, das solltest du mittlerweile schon wissen Ja, ich weiß, aber mein Radar hat mir auch angezeigt, dass du oben bist Hi! Dein Radar ist scheiße Ich geh weg Oh, hi Rayon Was? Rayon ist ein Pony, er ist Traitor Nein! Er schießt auf mich Das waren liebevolle Schüsse Ich mach mal das Gate auf, ne? Ja, danke Gate ist offen Viel Spaß, Chris Ich bin bald reingegangen Danke Kann ich auch rüber kommen, Chris? Ja, komm rüber Ja Ich komme, Chris Ja Hallo, Chris Hi Pfui Warum bist du hurt? Weil du mich vorhin angeschossen hast Achso Ich hab keine Munition mehr Ja Warte, kann ich hinter das Gate? Ja, kannst du Von der anderen Seite kann ich mich gehen Na ja, Hint heute schon Glaube ich nicht Lubi, kannst du mal bitte aufmachen? Da ist er Hallo Ich zeig ihr auch Chris, hilf mir Ich hab keine Munition Jubi, geh weg Alles Mann, klar doch Ich hab keine Munition mehr Ich hab keine Munition mehr Ich hab keine Munition mehr Und ganz viel Bum Da fliehen alle Feinde um Ich bin der Shooter King Der ganz früh am Computer hin Ich bin der Boss im Internet Und schau Ja Also ich bin vor allem unter dem Portal reingegangen Und Ich steuere mich unterwegs Ja, weil du von der falschen Seite rein bist Ach, du bist ein Dulli Ja, du hast vorhin gesagt, müsste eigentlich klappen Ja, ich hab nicht gedacht Ich dachte eigentlich, ich bin Frater Aber ich war kein Frater Ich bin intelligent, lass mich Ich kann mir das Portal aufmachen Juni Geh mal durch Bleib mal hier stehen Ich mach kurz das Portal auf Bleib im Portal stehen Ist am besten Geh am schönsten nachher Ja, genau Bleib im Portal stehen Komm schon Bleib im Portal stehen Komm schon Wix Kopf Ich bin viel, aber dann bin ich nicht Hm Wirklich nicht Wirst du das nicht? Wirst du das nicht? Ja Tja Da verrate ich meine kompletten Traitor-Trix Wenn ich ihr das dann bitte Geil Ich mag die Map Die ist mir ruhig schon Schempatikon Ja, das ist eins nices Map Du kannst kein gemeinsames Map Eins nices Map Yumi will mich hauen Ich sag nicht, dass das aufs Negatives ist Ah, das Chart ist also auf SM, aber nicht mit Yumi Ich folge mal der grüne Linie Der lang geklappt Total ist offen Ja, der Lift führt runter Okay, schnell zum Lift Was? Moment mal, das ist der Lift, wo man oben drucken muss, damit man unten rauskommt und wo man den unteren Knopf drücken muss, damit man hochfährt Ach, so der ist das aktuell Wo sind wir denn? Lockdown Was? Das war ich aus Versehen, sorry Gut gemacht, Chris Wieso kann ich das jetzt nicht mehr ausschalten? Weil du scheiße bist, Chris Schaff ich's noch durch Portal? Schaff ich's noch durch Portal? Nein, schaff's nicht Ich komm mit Doch! Ich geh nicht durch Ich geh nicht durch Soll ich durch gehen? Nein, ich geh nicht durch Wer hat das Portal gerade raus gemacht? Leute, lebt doch hier jemand? Also wahrscheinlich schon Wer ist denn gerade still? Ähm Why? Sie ist zu nahe ans Portal rangegangen Genau das hatte ich vorher vor Mann, ich hatte schon Trader Waffen gekauft Jetzt kommt nimm mal raus hier, ihr Pilzköppe Ich hab von meiner Seite das Portal geöffnet Aber es war gar nicht von meiner Seite geöffnet Weil Jumi es gleichzeitig von der anderen Seite geöffnet hat Achso So ist das alles Ja, lass mich durch, ich will rauf Ich will runter drunter Rauf, runter Ah, ich hab noch 60 KP wegen dir Finde ich gut Ich bin mal 80 Ja, ich will rein Oh! Du bist da rein, oder? Ja, und jetzt auf der anderen Seite Ich weiß nicht, wen ihn tut Das ist so dunkel Oh ja! Die Frage ist, wenn Rayon auf der anderen Seite ist Wo ist dein Lumi? In meinem Arsch Oh, ich hab gerade einen Aufzug gehört Wahrscheinlich ist sie da Was, Rayon, warst du tot? Ja! Warum kannst du sagen ich nix? Ich bin nie still, wenn ich Traitor bin! Oder Innocent, oder überhaupt was! Er ist zu früh Jemand hat mich kaltblütig ermordet Und dieser Jemand heißt Portal Alter Ich darf das! Ich darf das! Mach jemand mal aufbekommen? Ja, ja, ja Ich dachte viel von hinten Klopft, auf dem Moment mal mach ich Ja, klopf Dann klopf, boke mal Ja! Ja! Was? Rayon? Fuck you! Wie nah darf man denn bitte nicht ranstehen? Alter, ich war 80 Meter entfernt! Nee, du warst hier und davor Ich hatte gesehen Nein, das ist eine Lüge! Das ist eine Erfindung der Regierung! 28 geht nicht auf! Doch! Wenn das Wachen so da ist, kann die da auf! Ich bin übrigens wieder in der Wachenkammer und werfe hier mit ein paar Deskombilatern rum Das Gaining ist open Hallo, Yumi! Geh rein! Mach zu! Tschüss! Holy fuck! Scheiße! Ja, holy fucker, Roly! Fick doch meine Demo, oder was? Gerne! Also ich bin hört, ne? Jemand hat mich angeschossen, ne? Nur das ist... Ich weiß nicht, ich war in der Waffenkammer und da bin ich immer noch drin Ja, das war Yumi, ich weiß Das war gerade so ein leichter Anstrenger Alter! Im Aufzug rumpelt es aber ganz schön, ne? Ja, bist du im Aufzug? Nein, Yubi ist im Aufzug Ich bin wieder tot Ich bin hinter dir, du Dulli! Und ich habe keine Waffe, also Geh weg mit deiner Zaube! Ich habe keine Waffe, also Geh weg mit deiner Zaube! Ich habe keine Waffe, geh weg! Chris! Bleib! Scheiße! Das lief nicht wie geplant! Ja! Mein Gott! E-spammen! Ja klar, ja, natürlich! Was ich aufzubeere, wenn er sieht, dass der Aufzug aufgeht Der geht doch bei beiden Seiten auf! Ah, nice! Ich habe Schlamm im Arsch! Ich habe Schlamm im Arsch! Ja, du bestimmt! Komm, du noch ne Arsch! Das ist ja getrader, ne? Ich gehe mal wieder ins Portal, würde ich sagen! Ich habe keine Anahe als Sex mit Schlamm im Arsch! Eee! Ja! Wer es mag? Yumi, hi! Kann man jemand das Target aufmachen? Rayon, du warst eh grad drin! Hi! Hallo! Hi! Kann man jemand das Target aufmachen? 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 Echt? Wir sind beide zusammen im Aufzug, Chris! Ah! Ah! Chris, hör auf! Nein! Chris, pui! Yumi, wir müssen hier raus! Pfl-pspspsp! Hi! Oh mein Gott! Ach Scheisse! Ich dachte ich habe ich beide noch! Ich bin der beste Traitor! Oh, Corpse Party! Korps Breit! Ihr wartet? Das ist ein richtig geiler Film von den Burton! Korps Breit? Ich bin doch Korps Party! Korps Breit! Ich kenne nur Corpse Party, das ist ein lustiger Nimi mit ganz viel Spaß. Der deutsche Titel von dem Film ist Corpse Sprite. Der deutsche Titel ist Corpse Sprite. Ja. Corpse Sprite, Hochzeit mit deiner Leiche. Ich gehe mal durchs Portal. Tschö. Viel Spaß. Bin drin. Warte, ich komme gleich nach. Okay. Wo bist du? Ich warte auf dich. Ja, warte. Ich muss erst mal wieder aufmachen. Das war doch von eurer Seite auf, ihr Dullis. Ja, aber ich muss jetzt trotzdem wieder aufmachen, weil ich gerade noch zu spät hingekommen bin. So. Chris kommt auch nicht. Ist es jetzt wirklich von dieser Seite auf, hm? Ne, wahrscheinlich nicht. Chris? Ja? Was? Ja. 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 Das ist auch zu. Nee. Und ich bin in der Waffenkammer, ne? Mal so. Nee. Ich will... Reons, ich take mich hier. Ich bin in der Waffenkammer. Was tut mir das an? Okay, unten ist Moak. Unten bist du. Oh ja. Und nochmal bist du. Wie hier die Waffen rund liegen, das ist so geil. Das ist das Aquarium. Das ist das Aquarium. Es wird lauter. Jetzt wieder leise. Oh Mann, Schatz. Ah, du bist oben. Oh, das ist ja noch Kampeln. Ich hab gerade Kampeln. Ich hab gerade Kampeln. Die Glocke mit Kenji-Schwert? Die Glocke mit Kenji-Schwert. Nein. Nicht Yusin no Kivokri. Oh, nein. Nicht Yusin no Kivokri. Oder Jumis Arsch, wenn ja, das ist schon mein Wallpaper, äh, Wallpaper, was ist das? Wallp, achso! Ich wollte Pfandnehmen sagen. Achso, was ist das? Gib dir gleich Wallpaper. Achso, gib dir gleich Wallpaper. Okay. Ich hätt nichts dagegen. Alles natürlich wieder still, geil. Ich bin im Aufzug. Kauf doch mal was im Traitor Shop. Bin ich grad dabei, keine Sorge. Im Welter Shop, was? Im Welter Shop. Im Welter Shop. Im Welter Shop. Ich bin grad in der Wachenkammer. Ich mach mal das Portal auf, ne? Also das da geht. Warum lässt du mich alleine im Aufzug? Ach, im Aufzug? Okay, ich komm gleich, warte. Ich war im Aufzug aber da. Das Portal ist doch nicht offen, das da geht. Stargate. Das Stargate. Das Stargate. 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 Mit Gate Star. Stargate. A-Y-P-E. Ist euch das schon aufgefallen, Bill Gates bringt ein Programm namens Windows raus? Denkt mal nicht drüber nach, ist aber geil. Ist ne geile Erkenntnis, ne? Einmal so random reingemacht. Kommst du wieder in den Auto, Chris? Einmal. 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 Ne, ich muss erst mal wieder durch. Was? Da ist ein Lockdown? Ja, ich hab grad das Geräusch gehört. Warum ist da draußen die Tür auf dem? Warum ist da draußen die Tür auf dem? Da ist trotzdem die Tür auf dem Fenster sind. Chris! Was? Aber da ist ein Lockdown-Sau. Ja, ich hab den Sound gehört. Ja, der läuft auch immer noch. Wir möchten auch die roten Lichten, aber alles ist unten. Chris, ich folg dir mal, ne? Ist auch rein profilaktisch. Anna zeigt er auch, wer kommt da. Chris, geh weg. Das war ein Disco, schau. Ziehen Sie das rein. Tschüss. Hier ist ein Disco. Anna! Das war ein Disco, der macht keinen Schaden. Der ist böse. Hier drinnen wirbelt er. Die Waffen ein bisschen durcheinander. Nein, das ist eine Lüge. Chris, kannst du mal die Tür zu machen? Was? Ach, die Tür zu. Gut gemacht, danke. Zieh dir das rein. Alter, das ist ja richtig sexy. Ich sag nur 249 hat der Tür schon noch. Na ja. A la Chris! Also Chris könnte mich gerade töten, ne? Das bedeutet jetzt nicht, Jumi. Du könntest mich gerade töten, deswegen hab ich dich gerade an meine unterste Traitorliste gesetzt. Das bedeutet, Jumi? Ich will dir nichts sagen, aber... Dann sag auch nichts. Klappe. Ihr habt noch 3 Minuten, fand ich, bis der Traitor endlich mal ist. Ja. Ich folge mal, Chris. Warte. Ich versuche hier gerade reinzukommen. Wo denn? Kannst du... Rayon, warte, bist du noch oben drin? Drück du mal das Wald ist rot. Läuchte dir mal hier den grünen Knopf. Oben. Welchen Knopf? Nee, komm zurück. Da oben, hinter der Tür, links. Würdest du mir gerade eine Falle locken? Nee. Jetzt ernsthaft. Hier, da ist links so ein rotes Licht, da drückst du jetzt den grünen Knopf. Für die... Wo ist hier grünes Licht? Ach da. Ein rotes Licht. Ach da. Hier sind mehrere rote Lichter, ne? Das ist so ein großer Balken. Der senkrecht neben der Tür steht. Ach den meinst du? Was ist damit? Soll ich dir drücken? Ja. Drück da mal den grünen Knopf, weil hier draußen ist das zweite Licht und das wird jedes Mal rot, wenn ich versuche hier die Tür zu öffnen. Ich geh wieder aber nur kurz grün. Jetzt ist es wieder rot, oder? Ja, wird nur kurz grün. Jetzt bleibt es grün. Ja, warte jetzt kurz. Ist die Tür offen? Ja, hi Rayon. Was? Was machst du da unten? Keine Ahnung. Ich bin das erste an in dem Raum hier. Hä, hier ist ne Tür? Ich hab keine Ahnung was das hier ist. Soll ich dich reinlassen? Nein, tu ich nicht, Chris. Okay. Okay. Hier ist irgendein Bauplan oder sowas, keine Ahnung. Ich hab Stargate umgeschaut. Stargate? Ist doch ne geile Leere. Drei Minuten hat der Trader noch. Naja, Ryumi, du hast doch Zeit. Wir wissen genau, wer das Du bist. Nö, nicht wirklich. Kein paar Schweine. Also, der wird mich der Trader sowieso nicht finden. Ach, da gibt's da so ne geile Trader mit dir als Radar, ne? Ja, finden wir mich vielleicht schon, aber sehen nie. Aber ich kann euch alle beobachten. Ach so. Was heißt das alles? Okay, wenn Ryumi nicht mich sucht, dann kann ich nicht mal in den Tradershop nicht gehen. Hm. Was gibt's denn hier alles geiles? Eine Minute dreißig. Das ist geil, dass ich mir das Radar nicht mehr leisten kann. Geil. Ryumi, wo bist du? Im Aufzug. Ich hab'n Fahnd. Ah, geil. Gut gemacht. Krisch. Ich bin im Aufzug herzustellen. Naja, da bist du jetzt natürlich. Natürlich ist sie im Aufzug. Ich bin hinterm Stargate. Ja, ich komm' sowieso nicht zu dir. Doch. Nö. Komm kuscheln. Nö, danke. Will ich auch auf. Was? Da musst du schon kommen. Ach, dann darf ich? Okay. Ja. Nein. Du darfst nicht. Nein, du darfst nicht. Nicht? Nein, du darfst nicht. Nö, du darfst nicht. Nein, du darfst nicht. Nö, du darfst nicht. Die Toten sollten schweigen. Nicht, wenn's um sowas geht. Doch. Leichen Schöne. Geil. Wo bist du, verdammte Scheiße? Im Afterroom. Aufzug? Kämperschwein. Ich weiß nicht, wo der Aufzug ist und Dulli. Nix. Ja, zu spät, ne? Nee, gerade uns weitert. Oh, oh. Ich bin übrigens unterm Aufzug festens immer. Waterworld. Iren ist hier so, ich weiß nicht. Ich hoffe, die hat keine Bugs. Hey! Waterworld hat auf jeden Fall keine Bugs. Aber das haben wir heute schon gespielt. Nee. Ja, ohne dich aber. Ja, Alper! Fuck. Die Map oder... Die Map oder... Fassen. Fassen. Kakariku! Nein, nicht Kakariku. Auf keinen Fall. Oh, das war knapp! Oh, das war noch mit der Waterworld. Oh. Yeah! Nein! Nein!